Jojo Yo, wir sind Jojo, langsam aber sicher geht's los. So alt bist du aufgenommen, wir sind noch die Probe für die Live-Auftritte, dass es dir richtig dick kommt. In Zukunft werden wir dir immer wieder kleine Einblicke in unsere Studio-Arbeit oder in die Live-Probe geben. Hey, check's doch aus! Alles was du sonst über uns willst und musst wissen, findest du ebenfalls auf der Page oder auf Facebook. Wir freuen uns, dich bald irgendwann an den Konzerten zu sehen. Peace!